Haben wir's geschafft? War's das? Bitte! Warte, warte, warte! Endlich weiter! Oh! Darf ich mein Tino-Ei ablegen? Ich komm nicht weiter! Warte, ich platziere mein Ei! Ach, jetzt kann ich weiter! Ich möchte mal bitte von allen, die das jetzt sehen, einen Applaus! Für uns beide! Danke, dass das mal hier gehuldigt wird! Ganz ehrlich! Im Endeffekt war's so einfach, wir waren einfach nur so dumm! Siehst du, und deswegen... Was ist das? Was? Es ist schwarz bei mir! Tür! Was? Wie? Oh mein Gott! Was? Was feiern wir? Nein, wir feiern nicht! Wie? Hä? Ich möcht weinen! Warum möchtest du weinen? Weil der Mann da war, der das Buch geklaut hat! Und es ist dunkel! Und ich lauf durch die Kanalisation! Ich bin hier in irgendeiner Höhle! Äh, nicht Höhle! Nix oder rechts! Äh, äh, ne, keine Höhle! Was ist das? In so nem Saal! Äh... Da war ich auch grad! Jetzt bin ich in der Kanalisation! Ich auch! Oh, scheiße! Jetzt kann ich in zwei Richtungen gehen! Äh... Geh rechts! Äh... Äh... Ich kann nur nach links! Ach... Rechts war falsch! Äh... Sorry! Jetzt kann ich auch wieder in zwei Richtungen... HALT! Ah, herrlich! Disney wieder! Nein, ich spiele mit dir kein Red Dead! Nein, ich spiele auch niemals mit dir so'n... ...verficktes, äh... ...Jumpscare-Spiel! Ja, sowas spiele ich auch nicht! Aber Red Dead ist ja nicht annähernd so schlimm! ALTER! Wir können auch GTA spielen! Nein, recht, wenn ich jetzt schon die Ausbildung hab! Ah! Also, wie gesagt, bei uns hat's nur für Watson & Watson gereicht! Und nicht für... ...Sherlock & Watson! Ah! Oh! Das waren Krallen in meinem Bein! Ich mich erschrocken, was ich das mitgekriegt! Wo bist du? Rechtschüsse! Ah! Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen! Ich glaub, das sieht nicht so richtig aus! Das hier sieht glaub' ich auch nicht so richtig aus! Hm! So! Wo bist du? Wo müssen wir hin? Ich bin... Ich bin dahin gegangen, wo's wohl nicht so richtig aussieht! Wie? Bist du da runter? Ja! Okay! Dann komm' ich mal nach! Ich bin halt ein Klippenspringer, ne? Ja, ne, klar! Ja, ne, klar! Und du bist nicht da lang? Oh mein Gott, ich nähre mich auf! Was? Ja! Oh mein Gott! Oh! 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 Waren wir da nicht erst? Ach nee! Ist was anderes! Ich krieg's nicht auf! Bist du so langroten Gang lang gegangen? Ja, ich hab das ganze Feuer angenommen! Oh! Ich brauch dich zum Öffnen! Okay! Äh, grüße an Toni! Ja, Toni sitzt jetzt hier mit! Der ist mein Co-Pilot hier aufm Schreibtisch! Komm' mal Toni! Das mit dem Dings, Alter, bist du schon da? Ja! Und dann... Lass uns das öffnen! Na dann! Let's go! Das mit dem Dings kannst du übrigens zusammenschneiden, wenn man sich für seine Freundin ausschreckt! Sein Partner! Na! Hahaha! Das Ding ist irgendwie gruselig! Ja! Ja! Was passiert mit dir? Absolutly! Ich wusste es! Was passiert doch mit mir! Exel, ich wusste es! Ich hab' ne Gänsehaut! Oh mein! Das ist nicht wie ne Puppe! Es ist ja so ein Joker! Quasi'n Clown! Ein Mittelalter-Clown! Oh Gott! Puppen! Puppen mit'n, alter Clown! Puppen mit'n, alter Clown! Oh, ich hab' Gänsehaut! Überall! Du bekommst das Licht! Wichtig sein! Puppen mit'n, alter Clown! Das ist echt creepy! Puppen mit'n, alter Clown! Puppen mit'n, alter Clown! Puppen mit'n, alter Clown! Puppen mit'n, alter Flown! entweder hören wir auf oder wir machen jetzt weiter wir haben halt ein checkpoint hatten wir ein checkpoint ich denke mal das mit diesem langen gefase ist ein checkpoint ich komme gar nicht raus wie raus na hier runter von meinem podest ich auch nicht wie und auch du musst ja ich kann nichts machen ich bin hier bei der fünf ich bin bei der 1 ich bin in dieses portal gegangen jetzt bin ich ja ich auch bei der fünf oben kann aber immer noch nichts machen ich bin bei der 2 du bist da bei der 5 da hier wo die fackel leuchtet ja ich bin hier bei der 2 ich kann aber auch leider gar nichts machen außer in dieses portal gehen und dann oben gar nichts machen zu können du hast mir den weg geöffnet crazy dumm dass er uns trennen möchte und so weiter und dann halt so ne ja ich bin jetzt bei der 6 du müsstest mir noch mal was öffnen denke ich muss dir was öffnen und dann gehe ich noch mal zurück jetzt gehe ich in die 3 okay du kannst nichts tun ich kann hier nur zurückgehen und den hebel hier wieder umlegen mach das mal habe ich aber irgendwie funktioniert nicht mehr jetzt oder also wieder zurück gehst du mal weg von den süßigkeiten ich mache es noch mal wo steckst du denn hier oben bei der 3 ach da okay ich gehe mal zurück ah habe ich dir einen richtigen weg geöffnet ja und du hast mich so im kopf ja auch passiert also jetzt kann ich interagieren du öffnest da oben was oh warte mal wo bist du denn hier irgendwo bei der 5 bei der 5 mach nochmal das was du eben gemacht hast okay das ist nicht korrekt du musst irgendwas orangenes betätigen das ist nicht korrekt so nee warte mal jetzt ist hier drüben was aufgegangen ja betätige das nochmal grün naja grün ändert hier bei mir nichts da komme ich nicht her ich bräuchte orange obwohl mach nochmal das orangene vielleicht ändert es hier was ne ich bin hier am ganz anderen ende ne ok ähhh ähhhhhhhhhhhhhhhhh Gott oh Gott oh Gott hast du noch irgendwas anderes was du benutzen kannst? nur grün und orange ok ok hast du noch einen anderen weg den du gehen kannst? und dann ist da wieder zu und da wäre auch nur grün hm ja ja also von mir aus könnten wir auch das aufs nächste mal vertagen ok ich bin grad nämlich ein bisschen zu brainfucked diese Puppen haben mir den Rest gegeben und da es ja 22.30 Uhr ist wir am nächsten Rätsel schon wieder hängen ja also ich sehe nur was sich bei dir tut aber das ändert hier groß nichts was tut sich denn bei mir? äh wo bist du denn überhaupt? hier oben zünd mal deine Fackel an wo geht das? äh ich glaube die linke kurz drücken die linke Pfeiltaste ne die obere obere Pfeiltaste? ich hab Tastatur süßer ja stimmt keine ahnung hab's hab's brauch ich nicht mehr dass ich mir rülpt auch hm ich seh dich nicht mal geh mal zu irgendner Kantor ach da oben was machst du? was ist halt der Hör? ich seh dich Ich bin relativ weit oben. Ja, ich seh dich. Ich hab hier unten. Da unten bist du. Ja. Genau hier. Hast du mir nacht? Nein. Ich höre dich nicht, falls du was willst. Warum hörst du mich nicht? Josi? Anna? Josi? You're not disconnected. You're disconnected. No, I'm not disconnected. Josi? Ich höre dich nicht. Warum hörst du mich nicht? Nein. Josi? Warum hörst du mich nicht? You are my old friend. Nice to talk to you again. Warum? Wollen wir hier an der Stelle abbrechen? Ja. Gut. Hast du das gehört? Ich? Nein, dein Schatten. Hä? Siehst du mich nur über den Chat? Also über den Stream? Nein. Du wackelst an der 6 und hast mir nachgemacht, glaube ich. Hörst du mich? Ja. Ich dachte, du hörst mich nicht. Jetzt höre ich dich. Ja. Ich sagte, wir können hier gerne das für heute beenden. Wollen wir mal an. Wirodie sagen. 買いた Optionen. berryextat ist immer noch besser. Wollen. Zorn. 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 Zorn.